Hallo ihr Lieben, willkommen zum Wochenorakel. Gilt für die Woche vom 24. bis zum 30.12. Viel los die Woche, mal abgesehen von den Feiertagen und den Rauhnächten, dann die Bewusstwerdung aus dem Vollmondorakel. Am Freitag haben wir auch nochmal einen Portaltag, wo wir ja beim Gegenüberliegen hatten, nach Vollmondorakel, dass diese Bewusstwerdung jetzt fast viel zu schnell geht, innerhalb von einer Woche. Und da wird es am Freitag am Portaltag so den Abschlussgedanken zu geben und mal gucken, wie sich das dann bemerkbar macht. Ja, es ist eine sehr erkenntnisreiche Woche. Ich hoffe, dass in dieser erkenntnisreichen Woche das Besinnliche der Weihnacht nicht zu kurz kommt. Aber wir konzentrieren uns jetzt mal drauf, wem ich denn hier begleiten und mitnehmen darf in dieser Woche. Also, finde ich sehr faszinierend, ja, weil wir haben einmal alle, die die noch oder wieder, bekomme ich hier, in der Bedürftigkeit, in der Beziehung sind. Ja, das heißt, ihr macht euer Gefühlsleben komplett abhängig von einem Gegenüber. Ihr habt einem Gegenüber die Macht, ja, hier in Form von einer Kette, von einer Bindung, ja, gegeben, über euren Wert und eure Gefühlslage zu bestimmen, ja. Sprich, gibt euer Gegenüber Liebe in der Form, dass euer Gegenüber eure Erwartungen erfüllt, fühlt ihr euch gut und ist euer Gegenüber im Rückzug, ja, oder im Nehmen, fühlt ihr euch schlecht. Diese Macht hat ein Gegenüber über euch. Euch begleite ich in die nächste Woche. Dann alle die, die aus der Bedürftigkeit die Erkenntnis gewonnen haben, dass das echt nicht gesund sind und das ab ist und das ablegen wollen, das Ganze aber nicht ablegen, indem sie in die Lebensfreude gehen, sondern indem sie diese Lebensfreude nicht empfinden können, weil sie das als ich habe nicht den Wert geliebt zu werden wahrnehmen und sich deshalb massiv durch eine anderweitige Beschäftigung davon ablenken. Eine Beschäftigung, in der, die auch als Ablenkung wahrgenommen wird, ja, in der sie keine Lebensfreude verspüren, sondern einfach nur von diesem Gedankenkarussell abgelenkt sind, ja. Ob das nun zu viel Arbeit oder ein zu extremes Hobby ist, wie jedes Orakel mitnehmen oder den 20. Schal stricken, ja, sowas. Und alle die, die auch erkannt haben, dass das nicht Leben ist, ja, und die jetzt wirklich in die Bewusstheit gekommen sind, ja, in die Wahrheit, ja, und dadurch Heilung erfahren. Und das Spannende ist, dass ich hier mitbekomme, dass viele von euch an diesem Punkt sind und hier Winterorakel, Marsorakel, etc. pp. sich vielleicht auch einem Neuen gegenüber wieder geöffnet haben und jetzt aufpassen müssen, dass sie nicht in die Schleife geraten, wieder hier zu landen. Das ist das, was ich euch mitgeben soll und das ist auch die Hauptaussage dieser Wochenlegung. Das ist ja ein Hammer. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Handlungsebene und Gedankenebene von dem Vollmondorakel bei euch. Handlungsebene war die gefährliche Schleue und Gedankenebene war, wenn du nicht keine Erkenntnis aus deinen Lernaufgaben ziehst, wirst du beziehungsunfähig bleiben. Ja, der Blick als Rivalin ins Buch, ne, in die Erkenntnis, in die Bewusstwerdung. Weil, was ist denn die Gefahr? Aber die Gefahr ist, wenn ihr Vergangenheit noch nicht losgelassen und vergeben und in eure Selbstliebe gekommen seid, ja, dann habt ihr vielleicht über die Bindung zu einem bestimmten Gegenüber eine Wahrheit erhalten, die der Weg in die Heilung ist. Aber wenn ihr euch einem Neuen gegenüber widmet und dieses Neue gegenüber ist über die Weihnachtstage vielleicht so im Stress, dass da keine Meldung geben wird, ja, dann passiert bei euch Folgendes. Ihr seid geknickt und gefrustet, weil ihr wieder die Wertlosigkeit habt, ja, euch das Gefühl habt, ihr habt nicht den Wert, ja, und dadurch wieder jemand anderem die Macht darüber gibt, wie ihr euch fühlt. versteht, ihr? Und deswegen auf der Gedankenebene im Vollmond-Orakel der Blick als Rivalen in die Lernaufgaben. guckt, ob euch ein neues Gegenüber, dem ihr euch vielleicht geöffnet habt, in diesem Bereich etwas spiegelt, ja. Ob ihr da wieder, ob ihr das Gefühl habt, wieder in die gleiche Ernte zu geraten. weil dann ist das das, was ihr gesehen habt. Also sprich, auch wenn ihr an diesem Punkt seid, wäre es nicht verkehrt, wenn ihr euch gleich nochmal diese Themen, die ich ja gleich nochmal genauer erklären werde, mit anhört, ja. Weil, ihr wisst ja, ich sehe hier immer die Entwicklungsstufen, ne, und für mich ist das wieder, ne, die Erkenntnis der Bedürftigkeit, ja. Da rauszukommen, ist die Basis, dass man sich mit dem Gefühl der Wertlosigkeit auseinandersetzt, ja, und mit der Erkenntnis der Wahrheit dann in die Heilung geht, ne. Also fangen wir hier beim Thema Bedürftigkeit wieder an, was ich dann jetzt auch lieber nochmal genauer erkläre. Ich habe einfach das Gefühl, dass das notwendig ist, ja. Und, viele von euch wissen ja schon, oder die Bildsprache ist hier ja auch ausgeprägt genug, ne, dass die Bedürftigkeit halt die Abhängigkeit von einem anderen Menschen ist, ne, von dem wir unsere Rettung erwarten, ja. Wir betrachten dann den anderen als jemand, der unsere Bedürfnisse erfüllen und uns damit glücklich machen soll, ja, weil wir das alleine nicht hinkriegen, ne. Und je größer diese Abhängigkeit ist, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass wir mit Manipulation, ne, ja, Vollmond-Orakel, Handlungsebene, gefährliche Schleue, ja, ähm, gefühlsmäßige Erpressung, ja, sowas halt einsetzen, ähm, um, ja, weil wir uns verletzt oder traurig fühlen, ne, ein langes Gesicht machen, ne, um damit zu erreichen, dass man sich um uns kümmert, ne. Bedürftigkeit bringt einen halt dazu, Gefühle als Waffe einzusetzen, ja. Aber der Weg, der kann nicht zum Erfolg führen, führen. Je abhängiger man ist, ne, desto mehr wird man zu einer Last für andere und je mehr man eine Last für andere ist, desto unattraktiver ist man, ne. Abhängigkeit ist selbstbezogen, ja. Wir beurteilen dann nur danach, wie unsere eigenen Bedürfnisse erfüllt werden können und zwar von dem gegenüber. Dann fühlt man sich vielleicht vorübergehend gut, ja, wenn die Bedürfnisse erfüllt werden, aber sobald das nicht der Fall ist, fühlt man sich wie erschlagen, ne. Und man misst dann halt die Liebe von einem anderen daran, inwieweit er die Bedürfnisse erfüllt, ne. Und, ja, es geht halt darum, Verantwortung für die Gefühle und das Leben zu übernehmen, ne. Sich bewusst zu werden, dass man in der Position der Abhängigkeit selber die Weichen für ein gebrochenes Herz stellt, ne. Weil man auf einer bestimmten Ebene versucht, wem anders an sich zu fesseln. Und Liebe nimmt niemanden gefangen, ja. Die will nicht versklaven, um eine sichere Quelle für Erfüllung der Bedürfnisse zu haben, ja. Liebe gewährt Freiheit. Und das war jetzt für alle nochmal wichtig, ja. Ja. Ja, es geht darum, sich positiv auszurichten, ne. An den schönen Erinnerungen, ne. Die in seinem Herzen zu sammeln, ja. Ihr Lieben. Was haben wir denn hier als Warnung? Ja, den Blick voller Hoffnung und Optimismus in Zukunft, in die Zukunft zu richten, ne. Und sich der Macht des Glaubens bewusst zu werden, ja. Damit kommen die erfreulichen Veränderungen. Die läuten das Ende schwieriger Zeiten ein. Ja, die Macht des Glaubens, ne. Wir können uns darauf ausrichten. Ich kriege hier bestimmt keine regelmäßige Hoffierung, keinen regelmäßigen Kontakt, weil ich nicht den Wert habe, ja. Oder wir können uns darauf ausrichten, ja, na, ganz klar habe ich den Wert, ne. Und da wird irgendwas anderes im Lot sein, ja. Überprüft da mal euren Glauben. Wie viel da noch an euch hängt, ja. Was habt ihr denn dann da als Highlight zu erwarten? Ja, hier. Was habe ich gerade gesagt? Selbstwert, ne. Hier. Glaube an dich selbst. Wundervolle Menschen wollen dir helfen. Hier, betrachte das Ganze doch mal optimistisch, ne. Achte auf ein Gleichgewicht zwischen Arbeit hier. Was machen wir, wenn wir uns wertlos fühlen, ne. Und Privatleben. Und da gibt es die tatsächliche Leichtigkeit und Lebensfreude, ne. Also in der Regel. Ich möchte jetzt hier keinem absprechen, dass er das auf der Arbeit nicht auch hat, ja. Verstehe mich nicht falsch. Ja. Dann sollten wir, glaube ich, auf das Thema Wertlosigkeit auch nochmal ein bisschen genauer eingehen, ne. Würde ich sagen, auch nochmal eine Bewusstheit hervorholen. Auch wenn ich euch das schon ein paar Mal erklärt habe. Aber manchmal ist es einfach so eine Wiederholung einfach wichtig. Ist halt der Impuls, den ich so bekomme, ne. Und bei Wertlosigkeit macht euch nochmal bewusst, ja. Dass die in der Regel aus der Kindheit kommt, ne. Für irgendwas, wo wir uns die Schuld gegeben haben. Unsere Mitte verlassen haben. Und in so eine Opferhaltung hineingegangen sind, ne. Und wo wir halt das Gefühl hatten, nicht zu genügen, ja. Und dass wir hart arbeiten müssen, um zu beweisen, dass wir nützlich sind, ne. Und nicht nur zu Dekorationszwecken auf der Welt sind, ne. Und, ja, das ist leider oft so, dass Menschen ihr ganzes Leben damit verbringen, ne. Irgendwie hart zu arbeiten oder sich ununterbrochen als nützlich zu beweisen, ja. Bis sie dann am Ende ihres Lebens dastehen und das Gefühl haben, dass alles völlig wertlos war. Und Wertlosigkeit ist eine ganz entscheidende Ursache, ne. Für eine Beziehungsproblematik, ja. Ja. Und es ist wichtig, dass man dem früher oder später ins Auge blickt, ne. Und wenn man dann erkannt hat, was, ähm, woher das rührt, ja. Dass man sich wertlos fühlt, was die Ursache dafür ist. Nicht mit diesem aktuellen Gegenüber, sondern halt tatsächlich an die Wurzel, an der Kindheitsproblematik, ja. Ähm, geht. Dann kann man damit seinen Frieden machen, ja. Dann stellt sich dieses Gefühl von Frieden auch ein, ja. Was haben wir denn da noch als Zusatzbotschaft? Ja, hier. Du wirst versorgt mit allem, was du brauchst. Komm aus der Wertlosigkeit in das Gefühl der Dankbarkeit, ja. Liebe das Leben. Das ist das, was frische Früchte hervorbringt. Ja. Wertlosigkeit ist wirklich ein trauriges Thema, ne. Ich hoffe, dass, ähm, die jetzige Generation das besser macht und, ähm, in der Lage ist, seinen Kindern das Gefühl zu vermitteln, dass ihr bloßes Vorhandensein einen hohen Wert hat, ja. Und dann nicht für diesen Wert erst, äh, ein Mindestmaß an Leistung, Produktivität und Ergebnis erbracht werden muss. Ja. Und ich glaube, das wäre so mein Weihnachtswunsch. Hm, hm. Es ist unglaublich, wie viel sowas kaputt machen kann, ne. Ja. So, dann schauen wir mal auf die Warnung. Ja, das ist einfach das grundsätzliche Problem, ne. Nur aufgrund der Wertlosigkeit kommen wir auch überhaupt in die Bedürftigkeit, ne. Die Entwicklung ist andersrum, ihr Lieben. Seht es mir nach. Manchmal kommen die Erkenntnisse erst beim Legen. So, aber eure Warnung. Hier, neun des Winters, ne. Unbegründete Ängste, na ja, das ist wegen dieser Vermittlung, ne, wegen dem, wegen der Vermittlung des mangelnden Wertes, ne. Fokussieren auf Worst-Case-Szenarien, ja. Zulassen, dass die Angst größer ist als das Problem, ja. Ganz genau. Woher es rührt, wissen wir jetzt, ne. Was haben wir denn hier als Highlight? Ja, was ich gerade gesagt habe, ne. Wenn ihr die Ursache, die Wurzel, ne, woher es aus eurer Kindheit gekommen ist, findet, ne. Da eine Bewusstwerdung bekommt, habe ich euch ja gerade gesagt, dann wird sich da ein innerer Frieden einstellen, ne. Hier schaut mal, die Balance, in die Balance zu kommen, durch diese Bewusstheit, ist das Highlight. Das ist das Geschenk. Ja, ziehe die Einwände aller Beteiligten in Betracht, ne, ja. Die Familie halt, ne. Verschmelze unterschiedliche Sichtweisen, die deiner Eltern vielleicht mit deiner, ja. Um eine bessere Lösung zu schaffen. Lass dir Zeit, es gibt keinen Grund zur Eile. Ja. Gibt es nicht. Diese Bewusstwerdung, diese Erkenntnis, ja. Das ist ein Lebensgeschenk, ja. Da gibt es tatsächlich keine Eile, weil damit dürftet ihr da nicht mehr reinrutschen. Und selbst wenn, dann habt ihr die Bewusstheit, die Ursache für euch zu kennen und sie damit zu vergeben und loszulassen. Zu vergeben in der Form ja auch mit der Bewusstwerdung, ja. Dass es Eltern nicht schlecht gemeint haben, sondern die Bewusstheit da sehr begrenzt auf Leistungsgesellschaft war, ja. Und dass der Antrieb war. Heute ist der Antrieb vielleicht mehr, ähm, verwirkliche dein Selbst. Und das ist ein ganz anderer Antrieb als, ähm, ich muss meinem Kind das Leistungsprinzip mitgeben, damit es in der Gesellschaft Bestand hat, ne. Okay. So. Mann, oh Mann. Sehr tiefgründiges Orakel hier heute, würde ich sagen. Hm. Aber vielleicht für die, äh, Rauhnächte ja halt auch nochmal eine wichtige Erkenntnisbasis. Es wird schon seine Gründe haben, warum ich euch das nochmal so mitgeben darf. Ich bin da mal im Vertrauen und hinterfrag das jetzt nicht. Wahrheit. Kommen wir zum Thema Wahrheit. Was verbinden wir mit Heilung durch Wahrheit? Ja, einfach Erkenntnis, ne. Und, äh, das ist der Weg, halt, ne, zur Freiheit, ne, zur, ähm, Leichtigkeit. Wahrheit weist den Weg nach vorne, ne. Wahrheit klärt und stellt klar, ne. Und wirklich Handlungsebene aus dem Vollmond-Orakel, ne. Falschheit beenden. Durch was? Ganz einfach, durch Wahrheit. Was uns auf der Ebene der Wertlosigkeit und der Bedürftigkeit nicht gelingt, weil wir ein gewisses, ähm, Verhalten an den Tag legen, weil wir der Meinung sind, dass wir durch dieses Verhalten mehr Liebe bekommen würden, ja. Hm. Ähm. 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 Aber Wahrheit, ne, ist halt das, was Unehrlichkeit heilt. Ist ja ganz logisch, ne. Wahrheit befreit, ne, aus, äh, Leblosigkeit, aus Heuchelei, ja. Aus Rollenverhalten, ne, die macht frei davon, ähm, das Richtige aus dem falschen Grund zu tun, ne, bringt Dinge in Ordnung, ähm, und ist einfach die Basis, das Fundament für echte Beziehungen, ne, auch wenn sie unangenehm ist, weil sie Illusionen nimmt, ja. Aber die erspart uns trotzdem, ähm, zu einem späteren Zeitpunkt, das ist ja dann nur aufgeschoben, ne, ne, äh, Schmerz und Enttäuschung zu erleben, ne. Ja. Also mit Wahrheit kommt Heilung, ne, die kann man halt nutzen, ne, um Schmerz und Elend zu durchtrennen, ne, Wahrheit, hier ist auch so schön durch den Weg abgebildet, ne, die zeigt halt den Weg nach Hause, ne, hm. Ja. Was haben wir da an Zusatzinformationen? Ja. Schau mal. Wahrheit. In dir ist das Ganze mehr. Krass, oder? Nicht in der Bedürftigkeit, in der Abhängigkeit zu jemand anderem, um einen gewissen Wert gespiegelt zu bekommen, ne, die Wahrheit ist, ne, in dir ist das Ganze mehr, ja. Lass deine Gefühle frei fließen, wie frei in Wahrhaftigkeit, ne, in Wahrheit. Und dann kannst du vertrauensvoll im Fluss des Lebens baden. Das hört sich so einfach an, oder? Tja. Und alles, was uns davon abhält, Wahrheit zu leben, ist halt Bedürftigkeit und das Gefühl der Wertlosigkeit, ne. Ja. Was haben wir denn hier für eine Warnung? Lebenserfahrung. Ja. Lass Glaubenssysteme los, ja, von Bedürftigkeit und Wertlosigkeit, ne, die dir nicht länger dienen. Ein wichtiges, lebensveränderndes Ereignis ist die Wahrheit. Eine Situation, die zu wichtigen Chancen und Möglichkeiten führt, ist die Wahrheit. Und dann hast du als Highlight was? Die positiven Veränderungen, die nur bevorstehen können. Ja. Eine willkommene Erleichterung nach schwierigen Zeiten. Ja, ist doch ein Kracher, oder? Reisen oder ein Umzug in eine neue Umgebung. Mit der Wahrheit stehen positive Veränderungen bevor. Und die sind eine willkommene Erleichterung nach schwierigen Zeiten. Das ist ein wunderschöner Abschlusssatz. Möchte ich gar nicht mehr zu sagen, ihr Lieben. Möchte ich gar nicht mehr zu sagen. Aber trotz alledem möchte ich euch natürlich, es kommt mir gerade merkwürdig vor, euch eine schöne Weihnacht zu wünschen. Aber eine Bewusstheit und eine Besinnlichkeit und ein Zusammensein mit Menschen, die ihr liebt. Einen emotionalen Austausch auf Augenhöhe. Das ist das, was ich euch gerne für die Weihnachtstage wünsche. Und ich bin bemüht, dass ihr am Donnerstag zu dem Portaltag am Freitag nochmal von mir hören könnt. Ich nehme es mir ganz fest vor. Weil schaden kann es glaube ich nicht. Dann bis dahin erstmal. Und dann bis dahin erstmal.